So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank Quest for B-B-B-Booty. Ich hatte jetzt mal richtig Lust drauf. Ach ja, falls ihr mal so ein Knink-Knack, sowas wie gerade hört. Ähm, das ist ein Audiospur-Problem, das habe ich leider nicht in den Griff bekommen. Wartet mal ganz kurz. Äh, Headset-Manager würde ich gerne starten, danke. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, meine Stimme ist gerade viel zu leise. Ich habe es jetzt einfach mal voll hochgedreht. So. So. Oh, was muss ich denn nochmal machen? Wie ging denn nochmal? Ah, gut. Äh, Sturmwerfer, Schockzerstörer. Ne. Nein! Ah, Mist. So. Oh, ach. Wie kann ich denn die Waffe wechseln? Nein. Nein. Oh, scheiße, du. Mist, ey. Verdammt. Ach so, so ging das ja. Verpinkelt euch. Boah, ich bin schon, ich bin schon ganz raus. Ey, jetzt schalter ich irgendwie. Wow. Oh nein, das ist doch ätzend, ist das. Ist irgendwie voll ätzend. Komm her! Oh nein, kann ich eigentlich schon wieder neu starten. Boah, ist ja ätzend jetzt. Ist das ätzend. Wie... Wo war nochmal der Brenner? Da habe ich ihn. So konnte ich so nie, ne? Komm her, du Arsch. Das würde er noch auf den Beufel. Warum muss ich das auch auf hart spielen, ne? Ja, Volume 4. Gebt mir. Sollten sie schneller down gehen. Unmerklich. Oh, wie viel Muni habe ich denn mit dem Teil noch? 82 Kuh. Also, was kann man denn jetzt? Der Blut hat uns fängt jetzt, du Arsch. Schieß doch nicht einfach auf den... Ey. Ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Ich will das auf Schwere jetzt schaffen. Gut, ähm. Ich nehme mal den Schock-Zerstörer. Die Sadomasu-Peitsche. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, bitteschön. Komm her. Ey, wie geschissen ist denn das? Warte mal. Ich werde jetzt... Spieloption. Nur für diese Mission. Dann mache ich den Schwierigkeitsgrad wirklich wieder um. Aber ich habe gerade keinen Bock drauf hier. So. Ähm, hallo? Wow, da... Ach nee, das gibt es doch nicht. Ich würde sagen, wenn ich jetzt etwas stiller bin, aber ich will das hier unbedingt schocken. Erstmal den mit der Kanone ausschalten. Nein! Gut. Boah. Halt halt. Ja, gut. Gut. Boah. Gut. So. Mist, ich habe keine Munition mehr. Äh, oder doch noch 14 von 30. Uff, das ist schon mal... Nein, verpiss dich. Ey, was wird das, wenn es fertig ist, hier Drecksack? Warum bin ich eigentlich so schlecht? Oh nein, jetzt kommt nur diese Mission. Oh, das ist so ätzend. Ach, sag mal. Ich dachte, wenn ich mich hier irgendwie verstecke... Ach, er hat schon aufgehört. Nein, doch nicht. Hier irgendwie verstecken oder so? Wie das? Ey, yo, genau, klar. Ich treffe mich hier auch so gut, ne? Boah, haha, ey. Sieht gut aus, als ob wir das schaffen wollen. Mädel? Nein, ist so ätzend. Neid ihr? Ich brauche Leben. Ist das scheiße, ey. So, woher seid ihr? Da hinten seid ihr. Ah, ja, er aktiviert endlich die Kanone. Und so ist ja relativ, äh, wie haben wir hier ein Checkpoint erreicht? Gut. Aha. Ach, der Lieber immer, ey. Sollte eigentlich diese hier aufgehen. Kann ich den da oben abschießen, zuvor? Nein, nein, nein. Boah, haha. Boah, ist der gerade laut, ey. Ja, 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 komm, 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 komm. Ja. Ja. Komm, noch einer. Ja. Oh nein. Wie kamen denn die da jetzt so schnell hin? Boah, dieses Knack in der Leitung, ne? Ich hab das leider nicht rausgekriegt. Bam. Oh nein. Scheiße. Boah, wenn ich jetzt scheitere, ne? Ich mach mir irgendwie auf ewig Vorwürfe. Boah. Ah. Gut. Beschütz mich mal, Mädel, hier. Ich muss mal Kamera drehen. Ach, du lieber Himmel. Was wird das denn jetzt? Den hatte ich ja gar nicht mehr auf die Kette, ey. Schock-Zerstörer habe ich aber noch ein paar, du Pisser, ne? Wem. Wem. Wem, wem, wem. Kaputt. Komm. Kaputt. Geh runter. Scheiße. Mist. Die Piraten sind da der Tür. Ja, wenn sie... Oh, wartet kurz. Ich... Ich... Ich hab vergessen, mich auf Skype als beschäftigt zu stellen. Ja. Gut. Würde ich gerne. So. Die Piraten sind an der Tür. Hilfe, sagt er. Wer... Oh, nee. Ist doch fett hier passiert. Aber das ist schon mal gut, dass ich jetzt hier wenigstens den Checkpoint erreicht habe. Danach... Nach dieser Mission hier stelle ich wirklich sofort auf... Äh, leicht. Oder ich spiele es zum Ende auf Mittel. Vielleicht auch das. Gut. Gut. Hm? Bam. Komm her. Heute bist du von mir. Warte. Der hat da hinten doch so... Oh, mein Gott. Was passiert? Ich bin da jetzt hier mit Schmelzgranaten. Schmeiß. Geh mir nach. Ganz so, bitte. Ah, okay. Gut. Dann lass dich da jetzt einfach rum. Oh, schön. Rauschen. So. Nein, wir haben noch rüber, die kriegst du auch noch. Jetzt kommen diese kleinen Viecher an, stimmt. Und er schießt wieder seinen Kopf ab. Was hasse ich denn? Gut, hier sind noch kleine Viecher. Oh nein, jetzt haben wir so ein Schild. Oh, nimm den Held mit noch. So, und den hiervon auch noch möglichst. Gut. Ach, hoffentlich kommen wir jetzt wirklich mal weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Knacken in der Leitung hat aufgehört. Ähm, schmerzt gerade, ich nehme mal wieder Schock-Zerstörer, also die Sadomaru-Peitsche. Eine Sturmwärter-Schneide. Ach, guck mal, da ist noch ein kleiner. Ach nein, das ist ein großer. Oder wie? Der sich doch verkeilt hat irgendwie. Ach wie, ich darf das Wasser nicht berühren? Oh, mein ich jetzt lag. Jetzt hab ich- WOW! Heftig! Wir müssen die Leiber aufsteigen! Boah! 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 Ich hab nur noch einen Leben bekommen. Ich muss da unten noch leben. So, schaffe ich das? Mein Tag! Boah! So knapp! Ja! Nein! Mist! Ne? Ich war so gut dabei! Und, äh, wieder von hier. Das ist doch ätzend. So. Ich spare jetzt mal extreme Munition. So. Ich will das Projekt hier auch mal irgendwann abschließen. Deswegen hab ich mir gedacht, hey, was ist grad Zeit? Machen wir wieder ein Part. Nein! Dass wir immer gleich so viel für ein so ein Leben brauchen, ne? Ätzend. Ja! Äh, was nehm ich denn mal? Ich nehm den, glaub ich, mal den Keller. Komm! Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Gut! Ach, das war sie! Wie? Wie? Komm! Ja dann! Geh mir mit sich Kaffee kriegen! Ja! 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 Ja. Und, ähm...